Nimm das! Nimm das! Nimm das! Okay, nicht. Ja, später kann man diese Viecher da auch sogar vernichten. Wow, wow, wow! Indem man das dieses Puder da drauf streut. So, jetzt sind wir hier. Oh, nimm das, würde ich jetzt irgendwie die Tis dienen. Mach doch... Ja, hab ich jetzt ein Safe State gemacht? Ah. Moment. Ham! Und hier kommt ja auch schon der große Schlüssel. Ne. Haha. Ah, Skelette. Nein! Ich muss immer dagegen nie laufen. Weil es spannender wird. Damit Leute was zu lachen haben. Oh, Fluffies und Nu. Nein. Oh! Ficken einen, die wolltest noch gar nicht wachen. Noch gar nicht wachen. Oh man, ich bin so doof. Gut, dann bist du jetzt halt wach. Haha! Au. Dedeedeede! Großer Schlüssel erhalten. Nein, ich lese die... Ich lese die... Ähm... Du hast ein Item erhalten! Texte nicht vor. Das ist langweilig und doof. So, wir müssen aber noch rechts oben lang. Rechts oben. Rechts müssen aber rechts! Ja. Deswegen müssen wir jetzt hier zurück. So. So. Boah, ich will den... Na ja, klar. Neh, und da... Ne Bombe! Endlich ne Bombe! Ah, doch. Geht doch. So, hoffentlich ist dein Herz. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also gehen wir hier lang, hier bekommen wir gleich ganz viel Geld. Also in diesem Spiel, also da, wenn man da denkt, man hat Geldmangel. Also wenn man durch Dungeons geht, dann hat man keinen Geldmangel in diesem Spiel. Da kann man keinen Geldmangel kriegen. Das ist einfach unmöglich. Dann kriegt ihr so viel Geld zusammen. Und wir auch wirklich alles einsammeln natürlich noch. Aber echt mal. Ich mache echt so viel Geld zusammen. So. Karte! Nein, ich sage nicht den Spruch, der gehört Randy, der hat Copyright drauf. So, die Karte, äh, da gab es doch kein Geld. Ah, dann war das, dann war das ganz bestimmt woanders gewesen. Toll, ach, na. Ah, dann hätte ich mir auch sparen können. Na toll. Na ja, jetzt gehen wir uns halt das Item holen. Ja. Na, mach schon. Schön, 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 schön. Ja. Ach, nö. Schon das dritte Mal, dass ich hier bin. Nimm das. Nimm das. Und das. Jetzt kommt er dran. Nimm das. Ach, natürlich. Es gibt, äh, die roten Skelette, den roten, äh, die, die schmeißen sogar, ähm, äh, Knochen. Das ist, das ist blöd. Treppe runter. Wieso bleiben eigentlich immer alle stehen, wenn Link die Treppe runter geht? Schön seltsam. Was? Jetzt holen wir uns ein schönes Item. Das wäre auch sehr gut gebrochen, kleine Spiele. Die, äh, der Bogen! Schöne Sache. Aber jetzt kommen da die ganzen Skelette runter. Ähm, das sind die mit den weißen, normalen Köpfen, die, äh... Oh, warte! Na, was vergessen. Wir können uns ja noch etwas holen. Ah! Ganz recht. Zwei Fee. Äh. Genau. Dieses, äh, diese Möglichkeiten, und zwar Select zu drücken. Werden wir uns auch zu eigen machen. Später, wenn wir irgendwo hinwollen, äh, ganz schnell, dann gehen wir einfach da rein und, äh, ja. Dann machen wir einfach da Select und, äh, abspeichern und dann, äh, gucken, wo wir da rauskommen. Und, äh, okay. Ich muss jetzt aufpassen. Nein! Gott. Okay. Ah! Ich hab mich vertippt. Oh. Ah! So, erstmal gehen wir hierhin. Weil hier gibt's, glaub ich, noch was Feines. Ja, hier war der Geldraum. Geld, 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 Geld. Hm. 252, sag ich ja. Dann kommt hier irre Stellgeld. Ähm. Au! Okay, ähm, wo war noch mal? Da. Oh. Also, äh... Ach ja, genau, war hier unten. Ja. La, 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 la. Au! La, 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 la. La, 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 la. Weiter, klar. Ah, ich misse die Frenge noch. Ja, nicht drüber springen. Mensch. So, sehr gut. Jetzt kommt der Entgicht auch. Der ist so putzig. Ah, ne, warte, der kommt. Skill. Na, ihr Süßen. Äh, ja, genau. Ja, genau. So, ist schon. So, hallo. Stirb! Stirb! Zehn Pfeile. Ähm, stirb! Ich meine, stirb! Ey! Stirb endlich! Schön! So, noch Pfeile auffüllen. Mal sehen, was ist hier noch so. Pfeile, Pfeile, Pfeile haben wir schon. Herzen, Herzen haben wir auch schon. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt man wirklich der Enddichter. Ist doch nicht. Nein, doch, das ist der Enddichter. Och, kommt schon. Der ist so putzig. So einfach und so. Bam! 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 Genau, immer schon alle nacheinander. So ist es schön. Putzig! So. 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 Okay, ich bin einmal getroffen. Wow. Okay, ich bin einmal getroffen. Wow. Na komm. Stirb! Ja, ey, mit dem Feigen ist das viel einfacher. Ich mache es aber so. Oh. Ach, jetzt stirb endlich. Sonst komme ich gleich mit den Pfeilen. Ach komm, ich mache es doch jetzt mit Pfeilen. LOL. Na schnell. Schade. Tsst. Blablablf. Moment. Ich, hab Joghurt. Mh. Oh, Leute. Boah, ich esse hier allen was vor. Bestimmt sitzen da alle jetzt von dem Bildschirm? Oh, will er auch. Okay. Du hast das Amulett des Mutlose-Errungen-Bringers. Jetzt fehlen nur noch zwei Amulette. Auf geht's, wir haben Zeit, ein Amulett und gehen zu Sahes-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Scha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Hui, die Pegasus-Schuhe, nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Hebla, in einer Höhle östlich des Hyliasees ist etwas Glützliches versteckt. Pass auf! Wenn solche Risse in der Wand sind, kann man die einfach aufrempeln. Wenn nicht, dann muss man Bomben nehmen. Wenn da normal so ein fester Riss ist, dann kann man halt nur Bomben nehmen. Na, geh schon. So. So. Schön. Achja. Machen wir es aber zunutze. Specheln, Ende. Wo müssen wir es eigentlich hin? Wir gehen in der Haltzefläche raus. Wir müssen nämlich noch etwas holen. Oh, warte. So. Lalalalalalalalalala. Er hat uns gar nicht mal gesehen. Nimm das! Sterbt! Äh, ja. Wir müssen jetzt nämlich etwas holen und zwar ein Buch. Wir müssen jetzt in die Bibliothek gehen. Achja, wir können ja jetzt... Habe ich ganz vergessen, aber wir können ja jetzt rennen. ... ... da 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 oh nein ich schon wieder oh gott wie peinlich also hier ist jetzt jedenfalls die luchik und da ist es runtergerämpelt ja du hast das buch du damit kannst du dir kannst die alte sprache der hülle verstehen ja nur mit einem buch das ist es sozusagen ein wörterbuch das wörterbuch der jana so wie es keinen bock die leute da die beiden anzusprechen schön schön ich habe keinen bock die beiden anzusprechen haben es gestritten deswegen hat eine der halt dazu gebraucht haben die geöffnet jetzt können wir den herzscher holen so äh ja es gibt hier glaube ich irgendwo eine abkürzung ja glaube ich bin bei diesem versuch wunderbar so das erste herzteil und wir gehen jetzt schon weiter weiter zum nächsten dann oder kann man noch etwas holen wir könnten eigentlich schon um nach egal wir gehen das nicht holen tun wir jetzt nicht kein bock drauf noch nicht hey jetzt das nächste da nächstes dungeon ich komme lalalala lalalala ich renne vor einem freiweg und renne gleich hier rein gleich nach unten lalalala das macht so spaß dieses spiel zu spielen lalalala 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 lala Olle Vieh brauche ich nicht noch nicht ich habe gehört hier in der Nähe kann man eine Statue andrempeln und da kommt da irgendwas raus weiß aber nicht mehr genau welche ist die hier ne was ist die falsche aber wir können ja auch hier rein genau wir können ja erstmal hier rein bevor wir da in die Wüste gehen äh egal machen wir erstmal das hier und zwingt nämlich zwei tolle Preise einmal ein Herzteil und einmal schöne Rubine